Aufgrund meines Artikels und Videos zu den Planungen für den Erfurter Norden oder besser für den Bereich Herneuer Berliner Straße gab es ja einige Reaktionen. Eine davon war eine Einladung der Stabstelle Bundesgartenschau 2021 der Stadt Erfurt zu einem Gespräch. Eine kurze Einordnung. Das ist quasi das Bindeglied zwischen dem Veranstalter der Buga 21, also der Bundesgartenschau Erfurt 2021, Gemeinnützige GmbH und der Stadt Erfurt. Die GmbH ist dabei für die Buga selber zuständig und die Stabstelle für die bleibenden Änderungen im Stadtbild. Das Gespräch mit Frau Neumann, Teilprojektleiterin und Stabstelleleiter Herrn Siegel von schon am 30.7. statt und seitdem überlege ich, wie ich das Ergebnis in ein Video packen kann. Habe mich einfach nun für eine Art Trickfilm entschieden und das überaus konstruktive Treffen zu beschreiben. Wir haben uns über den Teil ausgetauscht, der die Buga betrifft und somit auch durch die Akteure beeinflusst werden kann. Das bedeutet, wir reden in diesem Video über das Areal des Parks, über die bisherige Herneuer Straße und zwar bis etwa zur Bürgersteigkante an der Hausseite. Zum Projekt Berliner Terrassen ist noch zu sagen, dass hier scheinbar noch gar nicht so viel sicher ist, wie es in einigen Interviews anklang und vor der Buga ist wohl nicht mit Baumaßnahmen in diesem Fall zu rechnen. Kommen wir nun zu den Plänen. Die Erneuer Straße wird, wie schon im ersten Video erklärt, zurückgebaut und bekommt einen Wendehammer vor dem kleinen Wäldchen. Abgeschlossen wird das Ganze durch eine Begegnungsstelle mit Sitzgelegenheiten. Die sichtbare Grünfläche samt der Brücke wird sich dahingehend ändern, dass die Brücke komplett erneuert wird und der Anstieg zur Brücke barrierefrei gestaltet wird. Dazu in einem extra Video die nächsten Tage mehr. Die befürchteten Abholzung des Grüns auf der Parkseite, welches jetzt den Park von der Erneuer Straße trennt, findet mit der goldenen Axt statt, wie er Siegel versicherte. Hier soll das Wäldchen weitestgehend erhalten bleiben, auch weil dort diverse Tiere wie Hase und Igel sich gute Nacht sagen. In der Hauptsache fallen die wild wuchenden Büsche auf ganzer Länge der Kettensäge zum Opfer. Dafür werden jedoch auf dem jetzigen Platz der Erneuer Straße neue Carrees in unterschiedlichsten Ausprägungen entstehen. Beginnend zwischen dem Wäldchen und dem Wohnhaus mit einem Bestreuobsein, wobei hier geplant ist, auf alte Obbsorten zu setzen. Im weiteren Verlauf folgen noch Carrees mit Kinderspielplätzen, auch integrative Spielmöglichkeiten sind geplant. Ein zentrales Carree wird ein Wasserspiel enthalten und andere einfach nur Sitzgelegenheiten oder schlicht bepflanzt sein. Diese Bepflanzung setzt sich bis zur Williöser Straße über den jetzigen Sportplatz fort, wobei letzterer vollständig zurückgebaut und mit Bäumen bepflanzt wird. Soweit die Planung für diesen Bereich. Erfreulich war die offene Art des Gesprächs und die Realitätsnähe von Frau Neumann und Herrn Siegel. Mein Einwurf, die Planung, hört sich gut an. Sieht bestimmt auch toll aus. Zumindest die erste Zeit. Aber wie sieht die langfristige Planung in Fällen von leider zu erwartendem Vandalismus aus? Und, vielleicht besser durch die Stadt einzuschätzen, wie sieht die langfristige Planung des Unterhaltes und der Grünpflege aus? Der Berliner Platz war seinerzeit auch ein prachtvolles Gesamtwerk, aber nach recht kurzer Zeit ein Fall für den totalen Abriss, wie man momentan sehr gut sehen kann. So, und ich meinte damit nicht die angehobenen Bodenplatten, klarer Planungsfehler, aber die Blumenbeete hätte man durchaus pflegen können und die Statuen reinigen etc. Hier verwies der Siegel darauf, dass man aus den Fehlern gelernt hat und mehrere neue Stellen in den entsprechenden Abteilungen bei der Stadt Erfurt geschaffen wurden. Gegen den Vandalismus ist die Stadt im Grunde machtlos. Sie kann verständlicherweise nicht rund um die Uhr das Ordnungsamt in jedem Bereich des Parks patrouillieren lassen. Hier setzt sich auf den Menschenverstand, der Nutzer des Parks und auch auf das ein oder andere offene Auge und Ohr der Anwohner. Ebenso haben wir uns über zwei andere Probleme ausgetauscht, die sich einfach aufdringen. Punkt 1, die Toilettensituation. Der Istzustand ist recht einfach. Es gibt keine. Und die Menschen verrichten ihren Notdurf in den Büschen. Wenn man aber den Park weiter aufwerten möchte und das Begegnungsstätte aufbauen möchte, in dem man sich gerne und lange aufhält, muss dieses Problem gelöst werden. Die Stadt prüft hier derzeit diverse Modelle. Punkt 2, Schatten. Dank der Abholzung der vergangenen Jahre gibt es im Grunde kaum noch Schattenplätze, an denen man sich aufhalten kann. Hier habe ich ein Ideenspiel gebracht, wie ich sie von diversen Wanderwegen kenne. Überdachte Sitzgruppen. Diese bieten richtig aufgestellt Schutz vor Regen und Sonne und laden zum Verweilen ein. Dazu könnte man zum Beispiel an der einen oder anderen Stelle auch einen mit Steinen eingefassenen Grillplatz einrichten, an dem mitgebrachte Grills betrieben werden können und wo beim Umfallen des Grills keine Brandgefahr besteht, zum Beispiel in Sommern wie dieses Jahr. Einen dritten Punkt haben wir auch noch gestreift, aber keine wirkliche Lösung gefunden. Und das Müllproblem. Allerdings muss ich hier eine Lanze für die meisten Parknutzer aussprechen oder brechen, wie man so schön sagt. Bis auf einige jugendliche Ideen scheinbar schon der Genuss eines Bieres reicht, um jegliche soziale Kompetenz zu verlieren, sammeln die meisten den mitgebrachten Müll wieder ein und bringen ihn in den Tüten verpackt, zumindest zu den wenigen Mülleimern. Gäbe es jetzt nicht zwei Gruppen in diesen und anderen Parks, könnt ihr die Müllerpfuhr am nächsten Morgen den Müll einfach aufnehmen und gut wäre es. Die Gruppe 1 sind eben besagte Jugendliche, die nach spätestens dem zweiten Schluck Bier es scheinbar eine gute Idee finden, mit den Mülltüten Fußball zu spielen. Die zweite Gruppe sind die überschlauen Elstern und Krähen. Diese wissen sehr genau, dass in den Tüten noch genügend Leckereien sind und wie man die Tüte fetzt, haben diese Vögel leider auch schon recht gut gelernt. Hier die Bitte, nehmt den Müll, wenn es irgend geht, wieder mit nach Hause und besorgt ihn einfach dort. So, in der nächsten Folge geht es dann um den Park und die Farben als solche. Bis dahin freue ich mich auf eure konstruktiven Vorschläge, Wünsche und Träume für die Gegend. Euer Micha